Ich bin immer noch bei 40 FPS irgendwas. Hä? 50 FPS. Ich hab 80 FPS. Krass gell? Jetzt grad. Ich hab jetzt grad so 80 FPS. Ja woran kann das liegen? Ich hab keine Ahnung. Und wenn du nicht mal 60 Bilder pro Sekunde hast. Schon hart. Ich krieg keine 60 Bilder pro Sekunde. Ich weiß aber nicht woran das liegt. Das ist dein, Herbert deine, also... Mein PC ist 5 Jahre alt. Ja ich weiß das auch nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sprung von 69 zu 79 so groß ist. Geh wieder hoch auf die auf die Ding. Ja ich komm nicht an. Oh Gott. Was ist? Hä? Ah. Ich hab nur ne Dreierbürste und nen Busch bekommen. Ist nicht so überragend. was hier drin ist. Munition. Munition. Granaten. Munition. Oh ne Ska. Jawohl. Dein Ernst. Einfach gefunden. Die lag einfach hier im Haus. Echt jetzt? Ja. Okay. Aber es ist keine Kiste hier drin. Den Ding. Brauchst du nen Busch? Ja. Geil. Ja richtig geiler Loot muss ich sagen. Ich nehme jetzt sogar die Ding mit den Revolver. Weil ich sonst nur eine Waffe hab. Wir gehen direkt mal runter zur Brücke. Obwohl da ein Tacos. Guck ich mal noch was da drin. Das heißt hier ist bestimmt alles drin. Ne. 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 Ist nicht mal ne M4. Ne Dreierbürste. Und Muni. Nichts. Obendrauf? Äh. Ich glaube nicht. Ab Ende kann ich schon. Hab ich stack ich. Bin ich schon am stacken. Uah. Ich hab nicht geschafft. Ah. Hast du noch ne Waffen? Ja ja. Ne Dreierbürste und ähm. Ne. 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 ja komm ich hab sie schon sie jetzt auch ich wollte unten lang gehen kann aber langsam sorry ich war noch mit dem kleinen Ding da nur noch ein chill trank den lass ich dir mir liegen du ihn doch ach so stimmt ja na jetzt den kannst du ihn nehmen hast du geschossen? ne da hat jemand auf mich geschossen ich weiß aber nicht von wo da baut jemand ab der was hier what the fuck wer ist das wo? von da drüben von 25 irgendwo da hat jemand was abgebaut 25 hörst du es? ja komm hier irgendwo du hast einen Schrotflinte muss vorgehen ist hier irgendwo hä? komm wieder hoch komm wieder hoch komm wieder hoch hä? 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 wollte er uns keine Ahnung lass mal weiterlaufen der baut er unten der baut er unten unter der Brücke unter der Brücke ja unter der Brücke rechts also links hab ihn du hast ihn? ist tot? ja ja der liegt auf der Brücke er liegt auf der Brücke äh da baut jemand da baut jemand zu mir wo? er geht da runter da ist hier da ist hier irgendwo ja wollte ich hören da unten ist er unter der Brücke ist er unter der Brücke echt? der lasst mich hoch der lass die Treppe da hoch der ist die Treppe da hoch gelaufen ja warte ich folg ihm ich will das doch trollen alter also ich treffe ihn nicht hab ihn ja also geht doch hier ist nimm den Softkrug oder soll ich den nehmen? du musst es den anderen looten da unten noch der da unten noch gestorben ist ich will mal ein bisschen Zeit der da unten gestorben ist hat er was dabei? mal gucken ob der hat was ne der hat ja gar nichts dabei gehabt den brauchen wir nicht looten der hat nichts dabei er hat nur steil ich höre noch jemanden oder? oder bist du das? ich bin das gerade gewesen dann lass mal in die Zone rein warte so Zone komm so Zone komm super wieder zwei Kinds yay schön bei dem einen war ich wieder schon gut drauf mhhh ist einfach nur Zucker was hast du eigentlich schönes an Loot? äh ich hab ne Ska ne Revolver Verbände ne Minigun und ne Softkrug ja ist klar da liegt noch ne Ding willst du die? nimm die ich hab ne blaue ahja gut noch gar keine hier ist noch hier kannst du noch ein Shield nehmen ein Big Shield nice one und ein Medikit ich nehm das Medikit hier oben war jemand aber unten nicht geil komm 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 das ist nur noch keine M4 gell ja weiße preis soll die Springs fühl ich ungern eigentlich ehrlich die kommen auch rein du weißt was das letzte mal passiert ist? wo mich genau hier reingelaufen sind ja da war die ja Das loot, da ballert jemand. Sag ich doch, genau das meinte ich. Alter, wir gehen jetzt rein. Ich bin hinten, von hinten. Von hinten bin ich beschossen. Und wo hinten? Genau hinter uns. Ich hab sie nicht gesehen. Die pushen mich. Ja, warte, ich komm. Komm, guck mal. Es hat nur einer gesehen. Oh, du bist weitergelaufen. Ah. Hab ich. Alles gut. Schön, 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 schön. Sammeln ein, was du brauchst. Hast du ein kleines Schildrink oder sowas? Nee, gar nichts. Ich steck noch das Medi-Shit. Was soll ich da machen? Soll ich den Saufkrug nehmen oder ungern? Du nimmst den Saufkrug. Du nimmst den Saufkrug. Danke. Hilfst du mich kurz? Ja, von hinten kann jetzt eh keiner mehr kommen im Moment. Ob ich es nicht wusste. Von vorne war da noch irgendjemand. Echt sicher? Ja. Also ich wurde nur von hinten beschossen. Echt? Das ist ein Schiss. Dann gehen wir jetzt zum Loot-Drop, komm. Hm? Dann gehen wir jetzt zum Loot-Drop. Ja. Der ist weg. Echt? Ja, da war noch einer. Ja. Er hat sich sehr verpisst. Da schießt auch jemand? Hast du das gehört? Ja, komm, lass es gehen. Da ist ein kleines Schildrecker. Die muss ich mir holen. Die muss ich mir holen. Die muss ich mir holen. Hier ist ein grüner AR. Komm. Wo hast du einen? Ich habe eine blaue. Dreieck Schuss. Nee, du hast mir noch eine blaue, eine grüne AR. Ja gut, komm. Ist doch viel besser. Hast du mir noch einen Schuss? Ja, 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 ja. Ja, ja. Komm, lass noch das Volte rein. Da, da, nach Nordost. Lass noch Nordost. Ja, wir müssen halt Richtung Zone. Ja, es geht mir doch. Oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Hm, deswegen sag ich doch Richtung Zone. Ja, okay. Einfach Richtung Nordost drin. Ballern da. Sollen sie schön ballern. Einfach, einfach dem, einfach dem Strich folgen. Komm. Hier rechts. Da ist einer. Ich habe den gut getroffen. Ich habe ihn nicht so unbedingt gut getroffen. Bestell. Ab ihn. Neben mir ist noch einer. Nice, Hammer. Jetzt müssen wir uns beeilen. Wir müssen jetzt gehen sofort. Ich nehme die blaue Ding mit. Naja, den Schildrang nehme ich noch mit. Nimm mit, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Nimm mit, nimm mit, nimm mit. Schildi, komm. Kann ich nicht, ich habe kein Platz mehr. Egal, egal. Ich habe einen großen, ich habe einen großen. Alter, das soll ich nicht leben. Wir müssen einfach laufen. Komm, 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 komm. Einfach laufen, einfach laufen. Oder hast du eine neue Shotgun, falls du die mitnehmen willst? Nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut. Einfach laufen. Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Hast du gerade nach, hast du gerade nach? Nein, ich lebe nicht nach. Ich habe aber gerade Waffe gewechselt, alles gut. Oh Gott, das ist richtig. Lauf, 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 lauf. Ich habe drei Medikits, alles gut. Du musst dich ja gerade dagegen heilen. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Ich kann dich nie mehr safen. Ich kann, ich kann, ich geht nicht, ich geht nicht. Lauf, er stirbt. Lauf, er stirbt. Er trifft mich nicht. Alter, ich bleib stehen und er trifft mich nicht, was für ein Lappen. Er stirbt, warte, ich kann es dir sagen. Lol, wieso hast du denn so viel Damage gekriegt? Alter, er hat mich einfach so gut getroffen. Ach, er hat dich auf dich geschossen. Ja. Nein. 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 Oh, nee. Nein. 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 Wir haben uns dagegen heilen. Er kommt aber. Nur dann. Oh Gott, das wird richtig knapp. Oh Gott, das wird richtig knapp. Das wird richtig knapp. Geh, geh, geh vor, links, 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 ja. Genau in die Ecke, in die Ecke, in die Ecke, in die Ecke, in die Ecke. Du bist... Ich bin drin. Hast du Medikator oder sonst irgendwas? Nee. Ich muss einfach hier, ich gehe einfach in die Ecke hier. Warte, ich gucke, ob jemand kommt. Ich sehe aber nichts wegen dem scheiß Busch. Ach, da kommt jemand. Der läuft aber außenrum. Okay, er läuft außenrum. Der hört mich aber. Nee, du hättest halt nicht hier verbinden sollen. Pssst. Der muss mich aber verbinden. Ist egal. Was hältst du denn? Was hältst du denn? Bumfachladen! Unlucky. Unlucky. ual